so und jetzt letzte runde beste runde m service of light opus 16 wir machen die letzten das letzte drittel vom display auf hier bei den commons yuke siaran schamane bis gargoyle assassin als holo den samurai samurai und vivi als hero mustadio delita und simo als rares fiona ninja kimari gepanzerter ritter madame m leviathan rhein als holo den karmesinhund haben wir alle schon gesehen den karmesinhund und seodor als hero esel leslie und cd als rares dritter pack jetzt wünschen mir glück das wird was freibeuter hier an samurai shiva ixion lexa ember der krieger des lichts glückwünscht knick mal glückwünscht könig tycoon als hero leo fina und zusaku der krieger des lichts weiter geht's chocobo zwiebelritter bestienbänker bestienbänker bestienbändiger elvis barde shetley karmesinhund esel als holo rare hier und hades als hero karte shinju yako und chocomobile als rare abschluss jucke selis gladiator saggin schokobo küken weiß ritter schwarzer tenor 1 der bestienbändiger bestienbänker bestienbänker und der schwarze tenor 3 als legend scarlet ramsa und cd als rares weiter geht's wünscht mir glück wünscht mir glück lillte larva eco cloud benjamin junaleska klappert die liter holo rare und mehr und möbius als legend barbus schwarzer ritter 2 und noctis als rares dämonolith scharfschütze schwarzmage meret fyrion peko kiafta noel atmos als hodora und fusoja als hero damit kann ich irgendwann um mich einschmeißen mit fusoja genbu mirra scherloda chocobo sam pokemeister selki kaktor dunkelritter bahamut eisenritter das chocobo küken und zack als hero zack ist zumindest mein held erwin wahn und lan als abschluss kiri lily palmer cloud benjamin assassine madame m du tania als hero korte du tania ist du tania keine erinnerung agrias wäsbier hetzerritter garnet gut rief der noch drei drittletzter wünscht mir ganz großes glück jetzt ganz großes glück ninja larva eco kimari junaleska klappert rain als holo den barbus barbus und legend karte chaos 11 11 kostet 11 11 kostet der chaos lasse welt lunette und juri weiter geht's schamane fiona kieran gepanzerte ritter meralt noel der dunkelritter porma als holo und soul die hero karte marsch sophie und simon als rosen dran jetzt allerletzte pack wünscht mir ganz großes glück großes glück jetzt großes glück und schicken abschluss sonst haben wir keinen höhepunkt hier aber müssen nicht zum rufen kommen haben trotzdem spaßen puppenmeister schwarz mal gesägt die firion barde eisenritter leviathan der schwarze tenor zwei jetzt habe ich alle in holo oder weiß alle in holo und duotan ja noch mal als normal mustadio anja und die liter als abschluss wunderbar dann wollen wir einmal noch die karten durchgehen hier wir haben hier bei den heroes duotan ja sol agrias sec fuß soja hat es könig tycoon sie oder und wie wie bei den legends haben wir chaos mehr und den schwarzen tenor 3 11 kostete 11 und bei den holos haben wir den schwarzen tenor 2 polma babus duotan ja das chocobo küken atmos delita bestienbänger bestienbänger esel den krieger des lichts karmesinhund und den samurai und damit hätten wir es das wären alle die anderen zurück das sind die ganzen holo schön das sind die legends und das sind die heroes schau uns mal legends an wir haben hier die schicke ist toller die wolke der dunkelheit kirin den schwarzen tenor chaos mea und den schwarzen tenor haben wir den schwarzen tenor 2 den haben wir 2 mal na dann na dann und bei denen waren wir nur die nach dem full art schauen das haben wir in full art hier gezogen das hätte ich auch mal getrennt hinlegen können die full art der schwarze tenor 2 das ist das full art wer weiß ob das full art ist ich glaube schon lightning dann haben wir hier die promo die ist auch full art die er ist auch full art und der ist auch der dunkel ist auch full art und damit hätten wir es ich sag dir dankes wir sehen uns beim nächsten mal wenn es der nächste pack aufgemacht wird und zwar der hier rebellions call vielen dank bis denn tschüss n notes dem dei d der die